Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins Fotomove. Und in aller Vorsicht, aber ihr bekommt es mit, die Zeiten bessern sich wieder. Was natürlich auch bedeutet, dass wir wieder etwas mehr Freiheit haben und eben auch Freiheit Fotos zu machen. Deswegen dachte ich, heute ist doch der passende Zeitpunkt für ein kleines Motivationsvideo, in dem ich euch drei Ideen vorstelle, die ihr genau jetzt hervorragend umsetzen könnt. Ja, und wer von euch auf Instagram ist, der hat es vielleicht schon gesehen. Ich mache da ja jetzt eine wöchentliche Bildbesprechung mit den Fotos, die ihr unter diesem Hashtag Fotomove-Journal auf Instagram gepostet hat. Also wer das noch nicht getan hat, hurtig, hurtig. Und da vielleicht auch Fotomove-Journal direkt noch abonnieren. Das würde mich freuen. Diesen Kanal hier natürlich auch abonnieren. Habe ich das auch abgehakt. Und naja, in der letzten Besprechung ist mir selber so aufgefallen. Es sind halt ganz, ganz viele hübsche Landschaftsfotos. Und ich habe da auch dazu gesagt, ja, das verstehe ich. Jetzt kann man wieder vor die Türe. Man ist ein bisschen freier, man bewegt sich, man hat natürlich Freiheit und Landschaft und Weite sehr, sehr vermisst. Und deswegen gönne ich nicht nur euch, sondern auch mir das, einfach mal Blümchen zu fotografieren und schöne Sonnenuntergänge und Weite, Seen und Meere und Strände. So, aber ich glaube, man kann auch noch einen kleinen Schritt weitergehen. Und ihr wisst, das liegt mir ja sehr am Herzen, das Fotografieren in Reihe, das Erzählen von Geschichten. Und deswegen jetzt mal wieder so im aufsteigenden Schwierigkeitsgrad. Drei Tipps für euch, wie ihr vielleicht aus der aktuellen Situation noch etwas mehr herausholen könnt. Ja, die erste Idee und deswegen die vielleicht einfachste, ist wieder eine sehr, sehr praktische Idee. Ich meine, manche waren ja auch viel vor der Türe und haben viel gesehen, aber wir sind zumindest nicht gereist, weniger weite Strecken gefahren und haben sehr, sehr praktisch, vielleicht ein Jahr lang, anderthalb Jahre lang, bestimmte Orte, die früher selbstverständlich auf unserem Weg lagen, nicht gesehen. Und ihr kennt das, wenn ihr so zwei, drei Wochen im Urlaub wart, kommt in die eigene Stadt zurück. Ja, da ist dieses Gefühl von Heimat, aber man merkt auch plötzlich so punktuell, da haben sich doch Dinge verändert. Die Schaufensterauslagen sind anders, Baustellen, die vielleicht vorher irgendwo waren, sind abgeschlossen, die Straßen sind fertig oder umgekehrt. Irgendwo tun sich Baustellen oder Neubauten auf, die man vorher noch gar nicht gesehen hatte oder die eben in diesen drei Wochen dann fertiggestellt oder angefangen wurden. Was glaubt ihr, wie das jetzt ist, nach anderthalb Jahren, wenn ihr da mal einfach mit offenem Blick durch eure, wie sagt man heute so schön, durch eure Hut läuft, dann seht ihr da Dinge, die sich verändert haben und dokumentiert die doch einfach mal. So, die Dinge, die euch tatsächlich ganz, ganz praktisch ins Auge springen. Was verändert sich in anderthalb Jahren? Und ich glaube, das kann schon, wenn man da mit freiem Geist rangeht und offenen Augen, das kann schon eine sehr schöne kleine Reihe werden. Ja, wir machen das quasi Schritt für Schritt. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der schon emotional klingt, aber noch gar nicht so emotional gemeint ist. Nämlich, was habe ich denn am meisten vermisst? Wir haben jetzt im ersten Teil die praktischen Veränderungen, aber was habe ich am meisten vermisst? Meine Lieblingseisdiele vielleicht oder der Klamottenladen, der jetzt ewig geschlossen war oder mein Lieblingsfriseur oder das Freibad, in das ich jetzt vielleicht wieder kann. Also, diese praktische Idee angereichert durch die emotionale Frage, was habe ich denn jetzt vermisst? Was brauche ich denn wieder? Auch das ist dokumentarisch. Schön wäre natürlich, wenn es nicht zu dokumentarisch würde. Also, wie ich jetzt sage, jetzt eine Eisdiele fotografieren, Friseur und ein Freibad, das war's. So einfach müsst ihr es euch ja gar nicht machen. So, sondern ihr könnt ja auch die Schönheit betonen oder versuchen, das Eis besonders lecker darzustellen oder ja, den Friseur vielleicht sogar zu porträtieren als sehr, sehr netten Menschen, der da in seinem Laden steht. Was auch immer. Aber das ist so ein Schrittchen weiter, wo es so zwischen Emotion und praktischer Umsetzung liegt. Naja, und ihr ahnt natürlich schon, was jetzt kommt. Punkt 3 habe ich jetzt mal genannt, obwohl es sehr ähnlich klingt wie Punkt 2. Ich weiß erst jetzt zu schätzen, Fragezeichen. Und das sind die emotionaleren Punkte. Vielleicht nicht das knallige Eis, das gemeint war, sondern was weiß ich denn nach dieser Zeit jetzt erst zu schätzen. Mir fallen da natürlich als erstes die Begegnungen mit bestimmten Menschen ein, die eingeschränkt waren. Die Orte, an denen ich Menschen begegnet bin, fallen mir da ein. Mir fallen aber auch Orte ein, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, an die ich nicht reisen konnte oder zu denen ich nicht hinkam, an denen ich vielleicht tiefere Entspannung suche oder an denen ich mich einfach wohlfühle. Also umgekehrt jetzt von der Emotion ausgehend zu überlegen, was habe ich denn wirklich vermisst? Habe ich das Eis überhaupt so sehr vermisst, indem ich in Punkt 2 sprach? Oder habe ich vielleicht eher vermisst, dass ich da sitze, das Eis esse und ein kleines Schwätzchen mit den Leuten am Nachbartisch halte? Habe ich den Friseur tatsächlich so sehr vermisst, also die neue Frisur? Oder habe ich das Gespräch mit dem Friseur vielleicht vermisst, der mir da die neuesten Anekdoten aus meiner Heimat erzählt? Wie auch immer. Also der emotionale Aspekt, der gar nicht so sehr angekettet ist an Orte, sondern mehr an Stimmungen und an das, was uns tatsächlich innerlich bewegt und das uns ja so schmerzlich gefehlt hat. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr das jetzt mal sacken lasst und vielleicht im Hinterkopf auf den nächsten Spaziergang mitnehmt und vielleicht ja auch eine Mischung. Ihr seht, die Themen sind natürlich miteinander verwoben. Und vielleicht mal anfangen, eine Mischung daraus zu fotografieren und das nachher ordnet und nachher die Bilder anschaut und dann nochmal überlegt, ist es das? Fehlt da noch was? Was habe ich vielleicht wirklich vermisst? Was weiß ich jetzt eben wirklich zu schätzen? Manchmal braucht man ja auch zwei, drei Anläufe oder einen kleinen Weg, um das Richtige zu treffen. Und dann arbeitet letzten Endes mal an so einer Reihe. Und ich wäre sehr, sehr gespannt, was daraus entsteht. Und nochmal, einfacher Weg, zumindest für Einzelfotos und serielle Reihen, ist FotoMove Journal. Mein Hashtag auf Instagram. Einmal die Woche jetzt neu. Da eine Bildbesprechung. Nicht so neu. Freitags natürlich immer die Live-Sendung, der Foto-Talk. Da würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr auch mal live vorbeischaut. Dann könnten wir uns dann nämlich sehen. Am Ende der nächsten Woche, die hoffentlich für euch ganz fantastisch wird. Bis dahin haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Tschüss!